Ahahahaaaahhhh Boah ich bin so müde Was ist denn los? Die Autofahrt die war schon eine Tortur jetzt Ich hab mich gefühlt wie mit drei promille Kein wunder nach so einer kurzen nacht sollte man eigentlich nicht unbedingt machen Aber ich bin mit dem Thomas verabredet Der Thomas hat mich zum Angeln eingeladen, hier ins tiefste Bayern und ich muss sagen, kaum bin ich von der Autobahn abgefahren, wurde ich wach. Schöne Gewässer, die Donau, Berge, Hügel, grüne Landschaft, geil hier. Richtig, richtig geil hier. Aber deswegen bin ich nicht da. Ich bin hier, um Fische zu fangen und ich hoffe, dass es nicht ganz so gut beißt wie in der letzten Nacht. Aber, dass wir dennoch den ein oder anderen Fisch fangen werden. Aber jetzt gehe ich erstmal den Thomas suchen, denn den habe ich tatsächlich vorher noch nicht getroffen. Den lerne ich heute erst kennen und freue mich schon jetzt auf die Einladung, über die Einladung und auf das Angeln. Hi Mark, moin moin. Grüß dich. Gut, alles gut. Hi. Was steht an? Im Kneter WC20 Mark, unser Tournament Pile, IBCC, am Balaton steht an und wir sind mit zwei Teams am Start, ein österreichisches und ein deutsches Team und die Jungs, beziehungsweise auch Mädel, die brauchen natürlich Futter. Okay. Das heißt, du musst heute noch rollen? Wir müssen heute noch rollen, aber was da im Kneter läuft, da werden uns wir beide ganz, ganz frische Bullies mit ans Wasser nehmen. Ah. Also das heißt, Thomas rollt und ich gucke mal ein bisschen durch die Gegend. Bis gleich. Das heißt, Thomas rollt und ich gucke mal ein bisschen. Thomas, wie sieht's aus? Können wir endlich los? Ich würde sagen, wir haben es für heute. Los geht's. Wir räumen noch auf, Licht aus und ich würde sagen, ab zum Wasser. Jammer. Was erwartet uns? Hast du ja so einen überfischten Vereinssee, Baggersee oder was? Nein, haben wir nicht. Wir haben so einen 80 Hektateil. Kein Big Fish Pool in keinster Weise. Ist zwar von einem Verein bewirtschaftet, vernünftiger Besatz drauf, aber man muss sich schon auch anstrengen, um wirklich auch dann die Fische zu bekommen. Ja, da bin ich ja mega gespannt, was abgeht. Ich würde sagen, dann starten wir. Los, machen wir los. Aber nicht ohne meine Drohne. Was macht die Drohne? Die Drohne, hoffen wir, die ist trocken. Sieht zumindest gut aus. Das Ding ist ordentlich aufgewärmt. Und hoffen wir, die ist auch ausgetrocknet. Von einem 80 Hektarsee würde ich dann schon ganz gerne mit der Drohne filmen, wenn ich ehrlich bin. Bestimmt eine geile Kulisse. Du hast es nicht gestern engenäßt. Problem war, gestern es hat so übelst geschüttet. Also irgendwie die letzten Wochen, in denen ich drehen war, nur Regen, Regen, Regen. Und ich hatte gestern die Drohne im falschen Fach vom Rucksack, das nicht wasserdicht war. Irgendwie unbedacht. Ich dachte, ich benutze die gleich. Habe ich dann nicht gemacht mit dem Floh. Es hat so dermaßen geschifft, dass ich keine Drohne fliegen wollte und konnte. Und heute Morgen packe ich das Ding aus. Total feucht. Dann konnte ich jetzt hier noch ein paar Aufnahmen machen in der Halle, aber auf einmal funktioniert sie nicht mehr, wie sie soll. Jetzt war sie im Boily-Trockenraum. Ich hoffe, dass sie jetzt wieder funktioniert. Schauen wir mal. Aber einen schönen Laden hast du, Thomas. Gefällt es, Mark. Gefällt mir gut. Also er ist nicht groß, das muss man natürlich sagen. Aber mir ist aufgefallen, du hast ein Händchen für besondere Produkte. Also uns ist einmal wichtig in der Bettfabrik, Mark, einmal den Kunden auch mit den besten Teckel versorgen zu können. Uns ist wichtig, dass der Kunde eine vernünftige Beratung bekommt. Top-Service, aber Futter wird und ist unser Kerngeschäft und wird es auch immer bleiben. Das liegt uns am Herzen. Teckel-Bereiche ergänzend. Funktioniert auch recht gut und stehen wir immer mit Rad und Tat zur Seite. Und du stehst, glaube ich, auf stylisches Teckel, oder? Definitiv. Weil du hast jetzt, glaube ich, auch nicht unbedingt Vollprogramm von jeder Firma. Aber wenn ich so ein Auge dafür habe, und das habe ich, du hast auf jeden Fall von jeder Firma die Sahnestücke am Start. Definitiv. Ich sage einmal, Nash sowieso. Nash hat coole Klamotten. Cooles Teckel, das passt auch qualitativ. Trecker haben wir auch ziemlich viel, von Fox ein wenig, aber wir werden im Januar oder wir werden die Wintermonate nutzen, unseren Laden zu vergrößern. Ich möchte noch nicht zu viel verraten. Nein, noch nicht zu viel verraten. Aber es wird definitiv eine kleine Erlebniswelt, schöne Ausstellung für Zilte und so weiter. Cool, ich finde es jetzt schon schön. Also super stylisch gelöst. Besonders die Köder sind natürlich sehr, sehr, sehr gut präsentiert. Ja, wie gesagt, Köder ist einfach, es ist Kerngeschäft, ist unser Herzstück. Da hängt meine ganze Leidenschaft dran. Ich sage aber, für mich persönlich, die Karpfenangelei lebt vom Köder. Und lebt vom Angler und lebt vom Spot. Da muss man mal ehrlich sein. Ich sage einmal, Teckel ist natürlich eine schöne Ergänzung. Man braucht eine vernünftige Zelt, eine vernünftige Liege, aber nicht unbedingt kriegsentscheidend. Und ich denke, da stimmst du auch du mir zu. Ja, auf jeden Fall. Futter ist auf jeden Fall wichtiger als Teckel. Sehe ich auch so. Ja, auf jeden Fall. Mikro-Mais, Monster-Mais, normalerweise. Thomas, gehen wir an. Wir gehen auch noch. Wir gehen auch noch. Plätze sind vorbereitet, sind gefüttert und jetzt gucken wir mal, ob wir nachts was bekommen. Man muss schon sagen, wir hatten jetzt einen Temperaturstoß und Kälteeinbruch in den letzten Tagen. Wie weit sich das Ganze auf das Fressverhalten auswirkt, muss man jetzt mal gucken. Aber ich denke, den einen oder anderen werden wir schon ans Band bekommen heute Nacht. Würde mich freuen, wenn es du auch? Ja, würde mich auch freuen. Würde mich sehr freuen. Falls der Ton schlecht ist an dieser Stelle, vielleicht etwas verwindet, dann sorry. Aber es geht ganz schön Wind. Fangwind. Leg mal los, ja? Yo, absolut. Bauen wir auf. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja. 1 1 2 2 hat sich eben die Sonne blicken lassen, war eine mega Stimmung. Ich habe sie ausgenutzt und habe mal ein bisschen gefilmt. Leider, leider kam ich noch nicht dazu, einen Fisch aus diesem schönen See zu filmen. Und allmählich läuft mir auch so ein bisschen die Zeit davon. Thomas, ich habe nicht mehr lang, weil ich muss dann wieder nach Hause, denn heute Abend empfange ich einen Gast am Kanal. Zu mir kommt der Ronny. Kennst du den Ronny? Ronny Luft, ja, sag mal was. Kennst du den? Ja. Der kommt heute zu mir zu Besuch. Wir wollten schon lange mal zusammen am Kanal angeln gehen und ja, der kommt heute Abend zu mir. Aber ich muss jetzt echt mal gucken, dass ich ganz schnell einpack, Thomas. Ich muss hoch in die Halle, die Maschinen anwerfen, dass ihr mit Futter versorgt werdet und wie gesagt Leute, einen geilen Jahresabschluss wünsche ich euch. Wollen wir noch eine Aktion zum Video machen? Eine Aktion zum Video. Wir machen eine Aktion zum Video. Capsilla 10. Capsilla 10. Bei euch im Shop auf Alles Futter. Sollte das Stichwort sein. Zwei Wochen lang Capsilla 10, alles klein geschrieben, Rabattcode bei euch im Shop. Absolut. Spart ihr 10% mit. Eben geklärt. Definitiv. Sehr, sehr coole Sache. Ich muss jetzt aber auch echt los. Ich will Ronny nicht warten lassen und ich habe drei Stunden nach Hause, Thomas. Ich bedanke mich für die feine Gesellschaft. Auch ich bedanke mich ganz herzlich. In diesem Sinne, schöne Zeit, Jungs. Und Mädels. Es werden immer mehr. Immer. Ich bin jetzt noch mal kurz beim Thomas im Laden vorbei und habe was abgestaubt, weil wir uns darüber unterhalten hatten beim Fischen. Thomas hat nämlich diese geilen Buttgrips von Nash. Die wollte ich schon ein paar Mal mir bestellen und dann waren die nie lieferbar in den Shops, wo ich geguckt habe. Jetzt habe ich mir hier zwei gleich mal mitgenommen, weil die sind super super duper geil für meine Angelei auch am Kanal. Und genau da geht es jetzt hin. Und dann drehen wir eine Folge Kanalratten. Ich bin top ausgeschlafen. Ich bin top motiviert und hoffe, dass ich morgen schweinemüde sein werde. Wir arbeiten dran. Ein Timing. Perfekt. Ronny ist von Berlin oder so hier runtergefahren, also ziemlich weit. Und ich komme ja gerade von Thomas aus dem Süden hoch. Auch fast drei Stunden Fahrt, Gegurke. Beide einen weiten Weg und wir treffen uns am Nabel der Welt. In Nürnberg am Kanal. In der Hundescheiß-Allee. Später hätte es nicht werden dürfen, Ronny. Uns haut schon das Licht ab. Aber du bist ja auch gleich so weit. Dunkel so weit. Hast du deine Routen auch schon fertig? Nee, ich habe gar nichts fertig. Das mache ich, wenn es dunkel ist. Ja, beißzeit ist sowieso erst später. Ich weiß ja, was zu tun ist. Aber Ronny, du musst nicht traurig sein. Es gibt jetzt das Verwöhnenprogramm. Ich hole uns jetzt einen richtig guten Kaffee. Den besten Kaffee. Und um 10 Uhr gibt es eine schöne Lieferung der besten Quarktaschen. Oh, nicht schlecht. Also. Vielleicht kommt es in der Zeit, haben wir noch einen Kaffee vorbeigepaddelt. Ich denke auch. Irgendwann müssen sie ja vorbeikommen. Ich bin tatsächlich jetzt auch schon seit 4 Uhr morgens wach. Man sieht es mir auch an. Ich sehe nicht ganz frisch aus, woran liegt es. Als ich um 4 Uhr morgens aufgewacht bin und wir wirklich keinen Run hatten, da habe ich mich erst mal richtig scheiße gefühlt. Weil der arme Ronny, der ist hier richtig weit her gefahren. Und es ist der erste Blank, seit ich hier Aktion mache, seit ich auch drehe. Wir haben noch eine Feinigkeit mitgebracht. Wie, du hast mir was mitgebracht. Eine der Heißbergärten World Cup Classic Flaggen. Ach. Boah, das ist lieb. Ja, danke dir. Ja, sehr gerne. Auch ein Thema, über das wir im Podcast gesprochen haben. Der Ronny ist nämlich der Competition-Man geworden. Der macht super gerne mit an Competitions. Vielen Dank, Ronny. Dankeschön. Bitte, bitte. Die gute Nachricht ist, es kann nur besser werden. Die schlechte ist, war jetzt natürlich nicht ganz so doll für einen Ronny. Das wird sie machen. Aber der Ronny ist es gewohnt, hat er gesagt. Ja, in diesem Jahr auf jeden Fall. Aber es kann ja nur noch besser werden. In diesem Sinne. Ich fahre jetzt erst mal zum Andi. Ich mache dann ein paar Fotos von ihm bei der Baitproduktion für einen Bericht auf Kapzilla. Dann gehe ich angeln an einem See mit einem recht guten Fischbestand. Ich treffe mich dort mit Leo, Sascha. Andi kommt sogar zum Filmen vorbei. Und der Seppo kommt noch. Es sind keine Riesen drin im See, aber ein guter Bestand. Und das ist ehrlich gesagt genau das, was ich jetzt nach zwei Blinken echt brauche. Ein Aufbaugewässer. Eine gute Zeit mit Kumpels. Und ja, Druck in der Route. Hier, Keschernetz, Keschernetz, Keschernetz. Das ist völlige Eskalation. Ich mag es. Abonnieren, ey.